Hallo und Willkommen zurück in South Park. Ja, äh... Ach Gott, ja. Hier sind wir stehen geblieben. Äh... Wie kommen wir hier weg? Äh... Ja, genau. So'n Scheiß. So, ich hoffe, wir kommen hier irgendwann mal raus. Ach Gott. So... Oh Gott. Äh... Ich kann mich so nicht konzentrieren. So, machen wir das zu... Zuerst... So, hier war das... Links und dann irgendwo wieder runter. Alles klar. Oh? Äh... Gut, das hat nicht so viel gebracht. Ach, der ist down. Okay. Down. Der da... Au! Ich hab mich grad gewundert, was er macht. Ich... Ich hab jetzt gedacht, er würde den da wiederbeleben oder sonst irgendwie was. So, ähm... Ja, dann hol er ihn da. Dann ist der auch schon down. Den funktioniert... Funktioniert's doch bei dem auch. Okay. Okay. Oh, was? Unterhosen? Was? Egal. Äh... Oh, 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 oh. Da... Kommen wir hier runter? Ach, Gott sei Dank. Mieh, mieh. Ach nee, nicht dahin. Naaah. Du könntest nicht einfach gehen lassen, okay? Du könntest nicht einfach gehen lassen, oder? Du könntest nicht einfach gehen lassen, oder? Du solltest gehen und starten, Fragen zu fragen! Ich hab doch gar nichts gesagt. Nun, du solltest jetzt die richtige Kraft eines Unterpants sehen. Jetzt hast du es geschafft, fucko! Es ist Zeit für eine reale Unterpants-Magic. Äh... Ja... Moment. Nur weil ich klein bin, bedeutet das, dass du mich nicht ignorieren kannst. Doch, das geht ganz gut. Äh... Iiii... Ah! Mist. Zu spät. Verdammt. Hm. Deswegen, das... Das macht mich ganz nervös. Äh... 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 Pidfucko! Fucking Kocksucker, Motherfucker! Äh... Zu früh... Ähm... Mh... Mh... Jetzt nehmen wir das mal. Oh! Ah! Oh! Hahaha! Shit! Ah! Himmelhilfe! Ach Gottchen! Wo wir hier immer landen! Ach komm, geh schon down! So, ähm... Können wir? Ne, dafür haben wir zu wenig MP. Komm, machen wir ihn einfach so. Hä? Was hat er vor? Fall um. Ach Gott sei Dank. So, können wir jetzt hier endlich weg. Uh! Äh! 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 Ah! Okay… Wieso sind wir jetzt wieder in unserem Zimmer? Ah! Ich hoffe, es war alles nur ein böser Halbtraum. Ach Gott. Ja, Hammer, alles. Stärketrank ist voll. Hallo. Jetzt kannst du auf wichtige Größe schrumpfen. Ja, ja. Okay. Neue Quest Phase 1. Dann schauen wir mal, was das hier ist. Irgendwie. Okay, das hat der... Kyle will, dass wir uns da irgendwo versammeln. Aha. Im Elfenwald. So, ich will aber erstmal hier gucken. Quest. Kyle, ja. Phase 1. Sammel Unterhosen aus den Häusern ins Hauspark. Für die Unterhosenwichtel. 4 von 5. Verdammt. Da fehlt uns eine. Hä, wo ist denn die? So, ähm. Wenn wir sowieso gerade da sind, dann sollten wir uns vielleicht mal noch rumziehen. Hätte das überhaupt was ausgemacht, wenn wir hier tatsächlich hier, äh, uns angezogen hätten? Unterhosenhelm. Lässt fein doch kotzen, wenn sie sich dir nähern. Klingt interessant. Okay. So. Und dann haben wir noch neue Fähigkeiten, die wir hier irgendwo investieren können, ne? Okay. So. Dann. Auf, wie geht's? Können wir jetzt hier endlich rein? äh, gruselig. Äh, gruselig. So, wir müssen raus. Wir sollten uns mit Kyle treffen. Ich weiß, was ihr ja gestern Abend getan habt. Ich rede nicht mit euch. Ich rede nicht mit euch. Das war nämlich voll eklig. Ausdauernd. There is an emergency meeting at the Elven Forest. Ausdauernd, aber eklig. So, da ist nix. Ist noch irgendwie eine... Ein Haus weiter. Moment. Ach, der schnupft das. I've been discovered. You must teach me to see as you do, human. Äh, äh. Oh Gott, wer schnief da tatsächlich weg? So, äh, wo sind das hier? Jetzt muss ich nur überall gucken, wo Löcher sind. Und... Äh? Da sind wir irgendwie noch falsch. Ich glaub, hier sind wir... Hier bei Stan's House. Hier ist Kyle. Gut, dann gehen wir zu ihm mal gucken. Da bei dem großen Notfall. Ja. Ah, Commander Douchebag has decided to bless us with his presence. Let's get started. Humans and Elves of Zoran. A great evil has descended upon us. After researching last night, I believe we are facing a threat to our entire world. Clyde's Fortress of Darkness is over four stories tall. So far he has recruited at least 50 warriors to be on his team. And he is... You have something to say, wizard? Uh, nothing. Just think it's kind of funny how drow elves in the Middle Ages can use PowerPoint. You guys, this is serious! Clyde is attempting to raise an army of darkness. I believe he is messing with something he cannot control. He has recruited many of our friends, and so our only hope is for our two factions to join forces. Fuck that! We do not team up with fucking elves. You got a better idea, wizard fatass? After what you elves did to us at the Battle of Wormsley Woods? You think we'll ever trust you? Yeah, you tell him, Butter. That was Jimmy's fault and he apologized. Oh, oh, we're apologizing now. How about we apologize for breaking the rule about using arcane fire magic? Yeah. Hey, that was the human's rule, not ours. Join forces my palleted ass. Only good elf is a dead elf. Why don't you suck my elf in dick, Buddhas? Enough! Whether we are human or elf, it's going to matter one bit if all of Zorun is taken over by German zombies. We solve what that green stuff does. We better figure out a way to stop Clyde or there won't be a world to fight in. Even if we join forces, we don't have enough warriors. So we recruit more factions to join us. The pirates, the federation and the girls. What? The girls? No. The girls are not going to fucking play with us. Yeah, dude, we can't convince girls to do this. No. No, but maybe the new kid can. Och nö, verdammt. The new kid has a power we have yet to understand. He makes friends on Facebook faster than any we have seen. He is really good at getting Facebook friends. I give him that. Find a way to get the girls to side with us, Commander Douchebag. I'll deal with the other factions. The rest of you? Return to your stations and prepare for war. Huzzah! Ja, ja, okay. Können wir nicht da mit, äh, mit den anderen irgendwie? Okay, rekrutiere die Mädchen. Na, super. Ups, nein, das wollte ich nicht. Sprich mit Annie. Äh, ja. So, erstmal grad gucken, was er hier hat. We elves craft the finest shit in the land. Mhm, ja, ja. Ähm, dadadadum. Waffen. Hast du da noch was Neues? Schwert des Endes. Ja, ist das jetzt zweihändig oder einhändig? Das ist die große Frage. Hm. Kaufen wir einfach mal. Hm. Hm. So, nehmen wir das auch. Max TP und Wurfwaffen. Ja, Mist. Ja, ja, ich weiß. So, Kram. Was können wir denn da alles verkaufen? Jede Menge. Damit wieder Geld in die Kasse kommt. We elves craft the finest shit in the land. Ja, ja. Feinheiten ist nix. Ausrüstung haben wir alles. Okay, ähm. Die zwei. Was? Du bist schwul? Hallo? Äh, du bist ein verdammter Verräter, Saftsack. Das mag ja ein Bündnis sein. Aber es ist ein sehr zerbrechliches Bündnis. Ja, ist ja gut. Hm. Hm. Okay, das ist eine Zweihandwaffe. Wir haben aber auch noch eine Wichtelhacke. Was ist das da? Wäre auf jeden Fall auch besser. Okay, dann ändern wir das. Und nehmen. Hä? Was denn jetzt? Können die das mal ordentlich sortieren, bitte? So, was nehmen wir denn da? Zieh, was haben wir da? Schilde entfernen. Hm. Klingt eigentlich gut. Fügt Nahkampfwaffen ein Extratreffer hinzu. Hä? Feuerschaden. Was hat man da vorher drin gehabt? Verdammt. Oh. Oh, 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 oh. Was nehmen wir? Was nehmen wir? Ah, probieren wir das da. So, da haben wir, glaube ich, immer noch nichts Besseres. Wie sieht's mit der... 10, 5... Bei betäubten Zielen 10% mehr Schaden durch einhändige Waffen. Ah, gut, das muss ich... Das müsste ich dann sowieso ändern. 15. Okay, das nehmen wir raus. Ähm... Ablegen. Da. Und... Strömen. Nahkampf. Gegner tötest. Schockschaden. 3 MP. Wir könnten eigentlich hier mit Distanz, äh, Waffen. Weil wir schießen ja die ganze Zeit eh mit dem Bogen. Frost haben wir keinen. Steigen Max MP. Oder halt hier heilen. Ähm... Nehmen wir das mal. Fähigkeit, wenn du nur nur von uns ein TP bist. 30... Schwächt... Feindliche Angriffe. Nahkampfhafen 50. Das ist... Bis zu 100 Schaden. Verliere ich 5 Rüstung. Äh... Lassen wir mal so. 8 Rüstung. Schwächt Schilde um 3. Fügt 15 Rüstung. Schwächt feindliche Angriffe. Das 10. Okay. Ne, dann passt das so. Und wir gehen mal gucken, ob wir da irgendwie die Mädchen überredet bekommen. Oder... Ach, Moment, wir sind am nächsten Tag. Ach, verdammt. Da müssen wir erstmal noch... Müssen wir noch sämtliche Leute wieder zusammenrufen. Nehmen wir den... Nehmen wir den... Timmy... Timmy Express. Dahin. Dann holen wir uns schon mal Mr. Slave. Nein, das wollte ich nicht. Genau, Alarm. Das wird so großartig sein. Mhm. Ach, dann müssen wir noch Kaffee holen. Also jede Menge... Jede Menge... Zeug zu machen. Was da noch zu erledigen ist. So, was können wir denn hier... Jawohl! Scheiße! Autsch! You hit like my grandpa! Oh, verdammt. Äh... Und wir gehen. Scheiße! Zumindest, der ist down. Ach, du liebe! Scheiße! Gut. Das könnte ein bisschen schlimmer sein haben. Jupp. Und... Ihh. Äh, nein. Ich wollte da nicht reingehen. Obwohl, ist egal. Hä? Ah ja. So... Und wir werden wieder wachsen. Ich hoffe, die komischen... Ich hoffe, die komischen... Nazis sind nicht mehr da. Achso, da hatten wir die... Das Ding hier zugemacht. Hm. Okay. Dann gehen wir noch hier gerade gucken, was... Was wir vielleicht hier übersehen haben. Ob hier noch irgendwo ein Loch drin ist, wo wir... Äh... Hätten reinklettern können. Aber das suchen wir dann alles... Beim nächsten Mal. Bis dann! Tag... Ja. Tag. Tag. Vielen Dank.